Hi, ich bin der Daniel von Rock on the Whiteside und ich habe heute zwei wunderschöne Angebote aus unserem Shop für euch. Zwei Shelljacken von Montaigne, auch wenn gerade Sommer, endlich Sommer ist. Der nächste Herbst kommt schneller als euch lieb ist. Da haben wir als erstes die Montaigne Air, eine 3 Lagen Jacke aus Event Super Lightweight, mit 15 Dinier, Nylon mit Ripstop, 30.000er Wassersäule, minimalistisch leicht, ich trage hier Größe S, bin 1,77 groß, 65, 66 Kilo schwer, passt hervorragend. Vorne ein laminierter YKK Reißverschluss, der schön hoch schließt. Die bekannt gute Montaigne Kapuze mit Drahtschirm, zweifache Volumenregulierung, natürlich Helm tauglich, hinten zu regulieren und hier mit Drawcords Einhand zu bedienen. Unten im Hüftabschluss gibt es natürlich auch noch Drawcords, rechts und links. Vorne ziemlich kurz geschnitten das Teil, hinten deutlich länger, ich hoffe man kann es so ein bisschen sehen. Arme sind lang, eignet sich also auch wunderbar zum Radfahren, Mountainbiken, Hiken und so weiter. Wer die Jacke ein bisschen schwerer braucht, beziehungsweise noch robuster braucht, der sollte zur Montaigne Venture greifen mit Verstärkung im Schulterbereich aus Free Flow Nail Head. Die Venture wiegt 440, 450 Gramm in der Größe S, die ich jetzt gerade hier anziehe, wohingegen die Air ungefähr 300 Gramm wiegt bei gleicher Größe. Die Venture eignet sich sicherlich besser als Allroundjacke für Leute, die auch mal mit einem schweren Rucksack länger unterwegs sind. Hat im Gegensatz zu Air, die nur eine Tasche hat, zwei Handeinschubtaschen, die relativ hoch sitzen und ideal sind, wenn man einen Rucksack trägt und über dem Hüftgurt liegen. Ansonsten auch hier wieder langer Schnitt, vorgeformter Schnitt der Ärmel, natürlich die bekannt gute Kapuze, helmtauglich, auch hier mit einem ordentlichen Drahtschirm versehen, sodass sie was bringt. Auch hier relativ kurz geschnitten vorne, hinten länger geschnitten. Geniale Allroundjacke. Die beiden Jacken gibt es bei uns momentan zum ultra guten Preis. Die Air ist von 325 Euro runtergesetzt auf 239. Wir haben sie noch in den Farben Blau, Rock'n'Blu mit dem orangen Reißverschluss und dem Schwarz. Alle Größen von S bis XXM noch verfügbar. Für die Venture gilt, die haben wir in Schwarz und Rot lagernd in allen Größen. Kostet 219,95 statt 300 Euro. Super Preis, wie ich finde. Das Angebot gilt natürlich nur, solange wir Vorrat haben. Also first come, first serve. Danke euch. Bis bald.